Hallihallo, ihr Lieben, Liste, Freunde und herzlich willkommen zu dem vorerst allerletzten Unboxing. Also für die nächste Zeit, denn in letzter Zeit gab es doch schon sehr viele davon und ich hoffe natürlich, dass euch das nicht gestört hat und es oder die Unboxings euch trotzdem gefallen haben. Heute darf ich euch eine Überraschungsbox vorstellen und zwar ist das die Trendbox. Die ist ziemlich groß und zwar, ich stelle sie nochmal hin. Heute wurde mir diese Box von Trendradar zugeschickt und ich habe immer gesagt, ich bin ehrlich zu euch und sage euch, wenn es eine Kooperation gibt. Und das hier ist so quasi eine Kooperation, denn wenn euch diese Box oder eine der vielen tollen anderen Boxen, die es auf der Trendradar-Seite gibt, gefällt und ihr die unter oder mit dem Goodreadncode Anna Whispers bestellt, dann ja, bekomme ich den ganz mini kleinen Prozent Anteil des Gewinns. Fragt man das so? Oder? Also ich werde halt ein bisschen an dem Gewinn beteiligt, aber natürlich müsst ihr deswegen nicht da bestellen und ich kann auch noch gar nichts über die Box sagen, denn ich habe noch nicht reingesehen. Also, das wird jetzt für mich auch ein totales Highlight werden und zwar habe ich es schon erwähnt, ich weiß nicht, dass hier ist die Trendbox. Auf der Seite gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Boxen und diese Box kostet einmalig 35 Euro. Also, das hört sich im ersten Moment schon nach sehr viel an, aber in der Box sind sehr, sehr viele Produkte inhalten, die mindestens einen Wert von 70 Euro überschreiten. Also, ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt. Ja, ich habe hier noch die Box von Mai, die nennt sich hier My Love. Und ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt, was sich darin befinden wird. Wir öffnen die Box jetzt mal. So sieht sie von innen aus. Und es wird jetzt mal vorsichtig aufeinander. Als erstes kommen die so schönen Aufschlag entgegen. Als erstes kommen die so schönen Aufschlag entgegen. Und da steht, deiner Box wurde mit der Liebe gepackt von Lisa. Also nicht gepackt, sondern gepackt. Danke, Lisa. Wir öffnen den Brief nochmal. Wir öffnen den Brief. Schüffel, die quillen sind. Wir öffnen den Brief noch nicht bis zu dem Brief. Ich schüffel, nur die nach oben. Die Farben ist geschenkt. Ich war wirklich ganz schön. Deshalb ist es ein Schüffel. Man weiß nicht gerade, dass ich sie gehen. Und ich versuche das wirklich ganz, ganz vorsichtig zu machen, aber ich gehöre definitiv zu den Menschen, die das normalerweise wirklich richtig schnell machen. Ja, Sieg mit der Stimme, mein love. Und da stehen die ganzen Produkte drin. Das schaue ich jetzt noch gar nicht so genau ein. Wir starten einfach mit dem ersten. Und das ist ein Tee, nennt sich Carpetiem Curcuma Sparkling Tea. Und es ist ein Weißtee-Getränke mit Jutsu, Curcuma und Kalorien auf. Ich werde ihn gleich mal testen. Oh, der ist richtig cool und sorry. Lastig. Im ersten Moment etwas befremdlich, aber auf den zweiten Geschmack schmeckt es nicht schlecht. Ich glaube, wenn es so richtig heiß ist und wenn man es abkühlen möchte, ist das definitiv ein komisches Getränke. Ich schaue mal nach, wie viel das im Original kostet. Das kostet 1,19. Dann machen wir weiter mit diesem Ding. Das ist Schokoladen-Couverture mit Reissirup. Eine leckere Alternative zur Milchschokolade. Und das sind so Schminkformen, Pfeifeships. Und, ja, hat wirklich ein cooles Design. Kostet 2,49 Euro. Also, momentan sind wir noch bei den tiefpreisigen Protokutschen. Als nächstes haben wir das hier. Fair Organic Vegan Ausgleichende Creme. Und zwar ist das eine Gesichtscreme. Wirkt trockenem und glänzenden Patinen gegen Extrakte aus Malwe und Holunder. Klären, klären, klären. Hyaluron versorgt mit Feuchtigkeit. Und, ja, auf jeden Fall. Und, ja, auf jeden Fall. Kortenau. 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 Riecht sehr, sehr angenehm. Sehr frisch. Sehr frisch. Und den Gelkastverkern sehr, sehr gut ausgehört. An den Geruch könnte ich mich definitiv gewöhnen. Sehr gut. Die kostet 17,90. Ist auch ein Originalprodukt, also von der Größe her. Dann machen wir mit dieser Tattel-Schokocreme mit Kakao-Nips weiter. Ich muss mir schon ein Brotaufstrich auf 92% Tattelbasis lassen. Und wir öffnen ihn natürlich. Lecker. Also ich mag Tatteln. Sehr, sehr gerne. Wow. Und von daher ist das ziemlich cool. Also den wird's mag definitiv zum Frühstück geben. gut. Sehen wir mal nach, was der kostet. 5 Euro. Also 4,99 Euro. Gut. Und dann noch eine Creme. Das ist doch keine Creme. Ja. Das ist ein Kleidgel. Bio-Kleiden. 100% natürlich und vegane. Ja. Ist eigentlich selbsterklärend. so. So. Ich lasse jetzt einfach mal zu. Aber das ist voll, voll flüssig. Seht ihr doch schon. So. Und das kostet. 5,50 Euro. So. Dann haben wir hier ein Tuch. Ein Leinentuch. Da steht Love drauf und ich glaube, das ist ein Geschirrtuch. Ja, das könnte ein Geschirrtuch sein. Cool. Fühlt sich auf alle Fälle sehr angenehm und weichend. Und ich muss da wirklich gleich mal nachsehen. Und das ist wirklich ein Geschirrtuch. Ein Unikat. Und kostet nur mal 8 Euro. Cool. Ja, cool. cool. Ok. Ok. cool, haha. Cool. Cool. Lat aufgeht Cool. 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 Dann haben wir hier einen Armreifen. Sehr cool. Oder ein Armband, hier so. Mit Magnet. Ich mache es mal los. Das finde ich sehr, sehr edel. Ich weiß noch nicht, wieso da diese kleinen Stoffdinger bei waren. Ich sehe mal schnell nach. Das Dual-D-Self-Armband kostet 8,99 Euro. Mach das Armband zu deinem eigenen exklusiven Unikat. Ferdinand Verdi und Noah schicken ihr Edelsmann mit hochwertigem Verschluss. Bei jedem dieser Bänder wurde der Magnetverschluss per Hand angebracht und lebevoll verpackt. Das Material besteht aus recycelten Protokuten des Labels und wurde von Ferdinand Verdi zugeschnitten, damit du es individuell gestalten kannst. Ideen dazu gibt es auf Trendreader.de. Trendreader.de. Sehr cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und werde auch sicher öfters getragen. Dann haben wir hier Impulsgartenleber. Habe ich ehrlich gesagt noch nie was davon gehört. Verwendbar als Tischdeko, Begrüßungskarte, Geschenkseinhänger, Liebesbrief. Okay. du, du bist auf, Also es sind überall zwei gleiche Karten und ja hier, ich sehe mal wieder kurz nach. Das ist nämlich am Büchlein Liebe und Liebesgarten, ok? Kostet 5 Euro aus 60. Das ist das Büchlein. Das ist eine süße Idee, da stehen so kleine Impulse für die Liebe drin, so kleine Ratgeber und Tipps. Und es ist definitiv eine süße Sache. Das hier ist ein Kognak Badeschwamm. 100% pflanzlich und sanft für empfindliche Haut geeignet. Also der Quill bei Nassanwendung auf und wird weich und geschmeidig. Er kratzt nicht. Er ist besonders hautverträglich, selbst bei sehr empfindlicher Haut. Sehr cool. Ok. So was hatte ich noch nie und bin schon echt gespannt, wie sich das bewährt. Der Kognak Badeschwamm kostet 10,95 Euro. Ok. Und ich weiß jetzt nicht, ob man die nur einmal verwenden kann oder öfters. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das ist das Lass der Buttercup. Und das ist das Lass der Buttercup. Und zwar ist es ein Fotoheftchen mit Umschlag aus Fotokarton und mit 10 Creme weißen Blättern, Blüten geprägtes Papier. Sehr schön. Und du kostest normalerweise 7,95 Euro. Süß. Ich zähle jetzt einfach mal zusammen, wie viel alles gekostet hat. In diesem Buch, ihr wisst recht fast. Sehr, sehr spannende Produkte, die man sich im Alltag wahrscheinlich so gar nicht kaufen würde. Aber ich bin ehrlich, ich mag so Boxen richtig, richtig gerne. Und ich weiß noch nicht, ob jetzt die Trendbox wirklich für mich wäre, denn ja, von 30 Euro einmalig oder je nach Abo wird es weniger. Ist schon sehr, sehr viel Geld, aber es gibt auch andere Boxen auf der Homepage, die man selbst zusammenstellen kann. Und die sind eben nicht nur für Frauen geeignet, sondern auch für Männer, denn man muss zum Beispiel seine Vorlieben angeben und eben sein Geschlecht, die Kleidungsgröße. Und es gibt so viele verschiedene Boxen, zum Beispiel Foodboxen, Überraschungsboxen, die Trendbox, dann, ja, einfach generell viele Boxen. Und ich bin mir sicher, jeder könnte da das Richtige für sich finden. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Unboxing gefallen. Den Rabattcode setzt euch natürlich in dem Vopax. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann.